Das ist kein normaler Bösewicht. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Ich freue mich ja so, für dich ist das toll. Du verpfeifst nie deine Freunde und hältst immer den Mund. Das ist kein normaler Held. Du hast mich, Larry! Wow, Larry! Ist doch ganz klar, ich habe es! Ich habe es! Ein Plan. Und das ist kein normales Fernsehen. Premiere. Wer es sehen will, muss zum Fernsehhändler mit dem Premiere-Shop-Zeichen.